Ladies and gentlemen, please welcome the Bayer Giants. Stillebic. Wieder Pick'n'Roll. Wieder ist Heinzmann frei. Stark. Aber der Pass war auch erstens. Also den da durchgespielt, bin ich leid, dass der ankommt. Super Pass. Super gespielt. Das ist auch etwas, was die Giants in dieser Saison auszeichnen. Herrlich, nicht viel. 85, 71. Das Ding ist durch, Matthias. Ich glaube auch. Nächster Februar bei den Gästen durch Müller-Laschet. Und schöner Pass. Herrlich. Bombenaufwurz. Was habe ich dir vorher gesagt? Nick Hornsby wird heute den beibringen. Wir werden es sehen. Aber das macht das Spiel auch gefährlich. Da kommt es auch. Oh, jetzt hat er nur noch zwei Sekunden. Rutschmann. Optimal ausgespielt, diesen Angriff. Die Leverkusener. Stark. 40 zu 31.